Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Portal 2. Wir spielen wieder mit dem Mudan zusammen. Ihr irgendwo mit Bierkasten versteckt? Wir spielen Elektrophobia, diesmal Part 2. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil der Mudan hier hat diese Map schon gespielt im Multiplayer mit einem anderen Trollo und dementsprechend werde ich hier den Denkanteil übernehmen und er sucht immer noch nach der Bierkiste. Wir probieren mal, wie weit wir kommen. Nee. Ja, mach das mal. Kann man auf alle Fälle durchgehen. Okay. Geh mal durch, Mudan. Ich ja jetzt nicht da. Ach du Kacke. Da ist ein Button. Spring mal rauf. Da gehen heute leichten an. Irgendwo tut was. Ja. Ja, okay. Bleib drauf. Gut. Wir haben damit das wieder zur Verfügung. Ja, da ist eure. Ich darf da nicht weiter lang. Geh mal rauf. Oh, geh mal raus. Rauf. Nee, ist okay. Ähm. Ist da hinten was? Nee. Wir können da nur noch höher gehen. Ja, ich geh mal da hoch. Schreib du mal, wo du bist. Ähm. Nach kurzer Überlegung. Ist ne gute Idee. Okay. So, ich geh zum Ausgang, ne? Jo. Tschüssi. Was sehen wir denn hier? Hier haben wir einen Button. Ich drück mal einen Button. Okay. Ist der Würfel von weg? Ja. Ich bin mir auch grad nicht sicher, wie wir den auffangen wollen. Auf was schießt du? Ja. Na, ich guck grad, ob ich hier irgendwo noch... ...ne Fläche ist. ...weiße Flächen hab. Achso, ähm... Könnte ich drauf schießen? Bringt uns das was? Kannst du da drauf? Ja, kann ich auf jeden Fall drauf. Dann geh mal da rauf. Und dann kannst du nämlich den Button fangen. Den Würfel? Wie nass? Ähm. Oh. Mit E. Mit E. Ja, ist ein bisschen weit weg. Mit E. Geh näher ran. Geh an die Kante. Komm. Das wird doch gehen. Ah, nee. Ich seh schon. Du hast mir da was markiert, ne? Also, auf jeden Fall hab ich da unten nen Portal. Aber... Warte, 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 warte. Unter... ...die... ...warte mal. Dreh dich nochmal um. Genau, da muss ich ja eigentlich drauf schießen, ne? Gibt überall keine Portale. Das ist... ...unter... ...mir. So, warte. Warte, 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 warte. Da kann ich sicher dich von drüben rauf schießen. Oder auch nicht. Vielleicht von da? Nein. Von hier? Nein. Von hier? Oh. Da um die Ecke. Ja. Kommst du nicht, oder? Nee. Obwohl. Naja, du bringst dich um. Und vor allen Dingen mich gleich mit. Denn ich lebe auf meinen Schalter. Naja, ich müsste mit zurück, damit ich irgendwo mein Portal hinsetzen kann. Das... Ähm... Bleib mal kurz drüben. Gucken. Ja, ne. Ich stell mich wieder auf meinen Schalter. Ja. Ich müsste irgendwie... Ja, Portal oder so. Warte mal. Ja, okay, okay. Dann... ...bringen wir dich erst mal zurück, ne? Ja, okay. Dann... Warte mal. Dort hinten ist der. Komm zurück. Und wer aktiviert dann den... Ah. Wer aktiviert den Button... Ja? Denk, Andre. Ja, ja. Du stehst noch auf dem Button, ne? Mhm. Okay. Gib zu, dir fällt auch grad nicht ein, wie das ging. Naja, mir würde ne Idee einfallen. Mir würde ne Idee einfallen? Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ohne alles zu probieren. Ich glaub, ich hab ne Idee. Ja, nur jetzt hab ich das minimale Problem... ...dass ich trotzdem immer noch hier stehe. Ja. Ich weiß. Mich kann nicht dann nirgendwo drauf stellen, ne? Den Sprung zu dir schaffe ich auch nicht, oder? Voll. Ne, das wird nicht. Das wird nicht, weil wir da beide hier stehen. Ähm... Wenn du dich jetzt umbringst, bringt's uns das auch nichts, ne? Ne. Ne. Du warst, wir bringen's einen Schritt zu weit. Ich geh mal nochmal hoch. Ich geh nochmal ganz hoch. Und es tut mir ja leid, dich da grad stehen zu lassen, ne? Aber... Da sind nur Lampen. Hm, damit ist das da aktiv. Was? Du kamst da nicht ran. Ähm... Ich hätte ne Idee. Hm, mach mal. Aber das ist stark Timing abhängen. Kannst du nicht jetzt zu mir kommen? Nein, weil keiner auf dem Button steht, ne? Mhm. Warte mal, du kannst trotzdem zu mir kommen, oder? Ne. Doch, könnte ich. Doch, dann komm zu mir. Also, dann müsstest du aber mal was tun. Nein! Du kannst doch den Weg gelang gehen, oder? Den da. Zurück. Ja, und wie, wenn dort die Tür zu ist? Die ist nicht zu. Das ist nur so'n Feld. So. Oh. Hm. Wie verdammt, du hast die Lamp schon mal gespielt? Ähm. Ja, wenn ich nie aktiv mitdenken darf. Ja, laufen Leute sind sie. Okay. Hey. Ich hätte ne Idee. Aber die funktioniert nie. Ähm. Das funktioniert auch nie. Ich ne Ahnung. Den Lila, ne? Wünsch mir Glück. Es hat geklappt. So, ähm. Naja. Naja, es geht, ne? So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diesen? Ähm. Ich könnte da rüberspringen. Ich glaub, ich spring da jetzt rüber, ne? Zumindest drauflegen, ja. Okay, ganz vorsichtig. Nein! 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 Ich bin verloren. Gib mich vor 9. Ja. Ja. Okay. So weit, so gut. Jetzt gehen da hinten auf alle Fälle nicht mehr die Portale zu. Das bringt uns wie viel? Ähm. Ich könnte dich zumindest nur noch rausholen. Warte mal, du brauchst den aber oben, ne? Wir brauchen den da oben. Ach, warte mal. Wenn der jetzt hier liegt, könnten wir den ja mitnehmen. Von wo denn? Na, zu dir oben, dreh dich mal um. Siehst du die kleine Fläche da? Ja, da muss er drauf. Da muss er drauf. So viel hab ich jetzt auch schon begriffen. Genau. Da muss er drauf. Ähm. Ich sehe nur den Tod für mich. Naja, ich kann dich dort zumindest rausholen. Aber ob das was bringt, ist relativ. Weil ich will mit dem Portal dann drüben noch was setzen. Nee, kannst du nicht. Ich hab doch den, das Band. Also hier den. Den darfst du zum Abgeben? Ja, genau. Also ich bin glaub ich tot. Es sei denn, du gehst da hinten hin. Ja, ich geh da hinten hin und heute wieder zurück. Genau, mach mal. Ob das was bringt? Mach mal, mach mal. Geh erstmal zurück. Der Button liegt ja da drauf. Nix, Chief Gang. Der Cube. Nummer I. 2, 9, 8, 3. Oder nein. 3, 8, 6, 7. So rum. I. So, bitte erst an die Wand, wo noch nicht ein Portal ist. Enden ist das Gelbe. Muss einfach so machen. Äh. Okay. Gut. Ja, aber was bringt das dir jetzt? Wir brauchen ihn. Danke. Da kriegen wir ihn nicht durch. Das bedeutet... Kannst du den da oben drauf legen? Wie soll ich das schaffen? Ja, ich geh jetzt durch die Tür. Setz dort ein Portal hin. Und in der Zwischenzeit fällst du runter. Moment. Du willst, dass ich den in die Luft werfe, du fällst... Genau. Halte. Ich weh nicht, ob das nur gedacht ist, aber... Das könnte funktionieren. Könnte funktionieren, eben. Ich müsste den hier hochwerfen, mit E loslassen, du würdest dort das Portal setzen und ich wär tot. Ja. Aber das ist... Ist egal, wir würden weiterkommen. Ja. Es ist sicherlich nicht... So ge... Nein! Nein! Verdammt! Warte! Ähm... Wäre gut, wenn der so drauf liegt, während ich zum Boden stehe. Geh mal durch. Jetzt würde ich das noch mal gucken. Ich bin ja auf halb 8. Aber gut. Dieser Plan funktioniert nie. Das ist hier so. Was denn? Was? Warte? Kannst du den werfen mal? Ich versuch's. Kannst du mal springen? Nein! Also... Nein! Ich hab doch noch nicht geworfen, ich wollte nur ausprobieren. Wie du... Kack! Okay. Also, wie haben wir das eben gemacht? Ich hab hakt. Was? Hast du jemanden gesucht? Los rüber mit dir. Wie überflüssig! Lauf weiter! Ähm... Mein Portal! Spring auf den Button los! Oder soll ich auf den Button springen? Dann setzt du die Portale. Nee, ich mach mal. Ach... Wir hatten's fast. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich hier mit dem Tod rechnet. Soll ich mal mein Glück mit dem Button versuchen? Mit dem... Würfel versuchen? Äh... Ja, kannst du eigentlich. Aber dann musst du hier... Nein! Nicht! Du hast doch nicht... Oh! Stimmt! Ich mach! Nein, ich kann nicht! Ja, ich weiß. Ich geh ja schon. Okay, jetzt kann ich da durch und... Ich muss den... hellblauen setzen. Das ist so garantiert nicht gedacht. Das ist so garantiert nicht gedacht. Aber was Sinnvolleres fällt dir grad auch nicht ein, oder? Okay. Wenn sie sollte, mal anfangen zu überlegen. Boah. Hm. Naja. Geronimo. Okay. Spring in den Tod. Na, das hat funktioniert. Hier. Ja? Ich will den Kubus. Ich will den Kubus. Ich will den Kubus. Ja? Oh. Ich will den Kubus. Wieso hast du eigentlich Ja gesagt? Du konntest doch... Naja, es darf ich so den Kubus, aber... So, den legen wir jetzt erstmal da drauf, ne? Da sind wir uns einig. Ja. Naja, also... Theoretisch reicht es auch wenn ich draufstehe. Eigentlich kann generell sein, aber nichts für nichts. Nein, nicht! Nicht! Uah! Ähm... Mudan? Was? Kannst du dich daran erinnern, dass da ein Kubus war? Hm. Ich auch. Warte mal! Trinkt das was? Vielleicht? Ne? Weiss ich nicht. Kannst du mal... Kannst du mal mal... Hier ist kein Portal von dir. Rechts, links dort ein Portal setzen? Und jetzt? Ist noch nicht so ruhig. Doch, du könntest nicht das gelbe Portal da unten setzen. Genau. Genau. Aber wenn du jetzt dort durch gehst? Ne, ist ja egal, ich kann mich hier drauf stellen. Genau, setz dich mal auf den Button. Damit kann ich da durch und den Knopf betätigen. Und weißt du was, Mudan? Okay. Ich weiss doch nicht. So, du musst dann werfen, ne? Naja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich werfen will. Du weißt, was mit mir passiert ist. So. Probier mal irgendwie jetzt erstmal aus, hochzuwerfen. Wir können ihn ja jederzeit wiederholen. Das war nicht sehr hoch. Das war auch sehr tief. Achso, Moment. Neuer Button, ne? Wie wirft man eigentlich? Mit E. Mit A? Probier mal gerade zu werfen. Ich probier erstmal hier unter dem Ding zu werfen, glaube ich. Oh. Da war ja was. Da war ja was. Ich fall beim besten mal dort, oder? Hüpfen und werfen? Hochhüpfen und wer hochwerfen. Mit A fällt das bloß wieder runter. Das ist nicht allzu weit, ne? Das ist nicht allzu weit, ne? Alter, fällt halt einfach wieder runter. Echt das? Wenn man werfen durfte. Gut, dann musst du ihn einfach nur dort hochhalten. Warte. Ja, du musst, genau, springen. Und welches muss ich denn setzen? Das hellblaue nicht, oder? Äh, das bin ich klar. Ne, das bin ich klar. Ne, das bin ich klar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du hast nicht losgelassen, oder? Oh, ne, losgelassen müsste das funktionieren. Meinst du? Denk zumindest. Ich geb dir hier Steg und so. Auf geht's. Rüber mit dir. Hm? Den ist schon richtig. Lauf. Mhm. Mhm. Hoffnung, der möchte ich. Uh. Du gehst durch. Wir mussten doch das Ding irgendwie anders da hinkriegen. Bist du durch? Ja. Los. Button drücken. Kannst du? Du den Würfel hast? Ja, wir will erstmal Würfel haben. Also, sobald du den Würfel hast, ne? Ja. Das hellblaue Portal umsetzen? Wohin? Ja, dort hin, wo wir es hinhaben wollen. Ja, theoretisch. Ich kann ja auf deine... Kann ich? Ja, doch, kann ich. Ja, meine sollst du vielleicht nie überschreiben, weil dann hast du nämlich nichts mehr zum... Und so weiter. Ich kann nichts überschreiben, aber ja, ich kann hier jetzt theoretisch... Button. Heldblaue müsste ich da hinpacken können. Heldblaue müsste ich da hinpacken können. Heldblaue müsste ich da hinpacken können. Und damit kannst du rüber gehen und mir das aus der Hand reißen. Wir haben's. Wir haben's. Das war gepasst. Gar nicht mehr zum Nachdenken, Frau Bunsen. Richtig. Weil so viel Try and Error wie diesmal ist echt heftig. Äh, ja, lauf am besten erst zurück, bevor ich da durchgehe. Das ist auch wohl nett. Okay. Ich bin unterwegs. Verlier den jetzt ja nicht. Ups, runtergefallen. Ja, genau. Ups, runtergefallen. Ah, ich mag dieses Reto. Ich bin da. Und du? Ich bin auch da. Warte, ich nehm den Würfel mit. Genau. Tschüss Würfel. Ach schön. Warten jetzt Winke Winke. Winke Winke ist erst hier hinten. Mit positiver Bewertung. Nee. Tschüss Winke Winke Würfel. Achso. Nee, das war Zeit. Das war irgendwas anderes. Tee? Nein. Tee, 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 tee. So, der Mutern sagt es. War wieder mal eine schöne Map. Bisschen tricky. Da hat der Mebius wieder eine sehr schöne Map hingelegt. Jut. Ähm, bis zum nächsten Mal. Portal 2 wieder hier auf dem Trollos von George Channel. Bis dann, dann. Ciao, ciao.